Einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach mal machen. Googlen, schauen, wer schon da ist, Dinge nachmachen und sich an vorhandene Organisationen anschließen. Indem man was tut, einfach machen. Es geht um freie Bildungsmaterial, es geht um Zugang zu Bildung, es geht um Veränderbarkeit von Bildungsmaterialien. Und machen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Man sollte einfach anfangen. Also ich denke, als Lehrer, Lehrerin gibt es viele Dinge, wo man sich schon im Internet kundig machen kann, wo man einsteigen kann, wo man mitarbeiten kann. Machen ist wichtiger als Schnacken und es hilft auch unglaublich gut, das Konzept zu verstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017